Ja, und im Studio begrüße ich Frank Umbach von der Universität Bonn. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ich würde eigentlich ganz gerne mit Ihnen über die Energieversorgung in Deutschland sprechen. Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, dass wir weiterhin Öl, Kohle und Gas von Russland beziehen. Das ist einerseits zu verstehen, weil so schnell sind diese Lieferungen ja einfach auch wahrscheinlich nicht zu stoppen, abzubrechen, die Beziehungen einzufrieren. Auf der anderen Seite stellt sich schon die Frage, ob das moralisch noch vertretbar ist. Aus meiner Sicht als langjähriger Kritiker der zu großen Abhängigkeit von Russland ist es eigentlich nicht mehr moralisch jedenfalls nicht zu rechtfertigen. Aber wir kommen so schnell in der Tat nicht ohne weiteres herunter, obwohl Herr Habeck sich ja, der Wirtschaftsminister, bemüht hat, in den letzten Wochen alternative Gasimporte zu mobilisieren. Es gibt eine relativ stabile Gasversorgung wohl bis zum Sommer diesen Jahres, also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden. Aber wir haben die letzten Monate oder seit Mitte letzten Jahres schon gesehen, dass Russland diese Gasspeicher entsprechend nicht mehr aufgefüllt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir am Ende abhängig waren von dem Wetter in Asien. Weil nur durch den milden Winter haben wir im Dezember die Möglichkeit gehabt, dass ursprüngliche LNG-Exporte nach Asien und anderswohin umgeleitet werden konnten Richtung Europa. Und das zeigt das ganze Dilemma, dass es uns eben nicht gelungen ist, trotz langjähriger Debatten und klaren strategischen Zielvorgaben der EU in 2010, nämlich diese Importabhängigkeit von Russland zu reduzieren, das sich umgesetzt haben. Und gerade wir in Deutschland haben diese Abhängigkeit, die Gasimportabhängigkeit von Russland, selbst nach der Krim-Annexion 2014 noch weiter erhöht. Aus welchen Ländern neben Russland könnte Deutschland denn zum Beispiel Gas beziehen, wenn es nicht mehr aus Russland sein darf oder soll? Also sowohl die Bundesregierung wie die Europäische Kommission wie auch der amerikanische Präsident haben sich in den letzten Wochen darum bemüht, bei allen Gaslieferanten der Welt entsprechend Ersatz zu bekommen. Es ist aber so, dass wir ohnehin einen sogenannten Verkäufermarkt haben. Und der Verkäufermarkt, anders als in der Vergangenheit ein Käufermarkt, spiegelt sozusagen die Engpässe auf den globalen Gasmärkten wieder. Das heißt, kurzfristig gibt es kaum Alternativen. Man kann LNG aufkaufen, das ursprünglich für andere Kunden vorgesehen ist. Das funktioniert aber in erster Linie nur bei den sogenannten Spot-Markt-Verträgen. Das kann umgeleitet werden. Daraus resultiert aber ein großer Bieterwettstreit, sodass es sehr, sehr teuer ist. Und bei den großen Verträgen, die wir in Asien meistens haben, sind das Langfristverträge. Und da bedarf es einer sogenannten flexiblen Destination-Klausel, dass also diese Gasverträge gemäß Vertrag überhaupt umgeleitet werden können, solange wie im Falle Japans die eigene Energiesicherheit nicht gefährdet ist. Das hat einigermaßen funktioniert deshalb nochmals, weil wir einen relativ milden Winter haben. Hätten wir in Asien einen sehr, sehr harten, kalten Winter gehabt, dann wäre es kurzfristig nicht möglich gewesen, auch alternative LNG-Flüssiggasimporte zu bekommen. Aber wir sind nach wie vor nicht in der Lage, 170 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland komplett zu ersetzen. Wir sind aber vielleicht durchaus in der Lage, die Hälfte dieses Gases zu ersetzen. Und das wäre durchaus eine Option, denn wir müssen uns darüber klar sein, jeder Euro, den wir für fossile Energieträger aus Russland bezahlen, ist am Ende Blutgeld. Finanziert das Putin-Regime und finanziert auch diesen Krieg. Als weiteres Land für Rohölbezug wird ja plötzlich auch der Iran genannt. Und ist das denn realistisch, wäre es möglich, könnte es sein, dass der Iran dadurch in eine völlig neue Position rückt, in ein neues Licht rückt und vielleicht auch möglicherweise diese Iran-Gespräche dadurch befördert werden, indem der Iran jetzt plötzlich Öl nach Europa liefert? Also wenn die nuklearen Gespräche über die Abschaffung ja auch der Atomwaffen, beziehungsweise dass der Iran nicht in eine Atomwaffenentwicklung hineingeht, dafür war immer angeboten worden, dass der Iran natürlich dann mit weniger Sanktionen seine Öl- und auch Gasexporte ausbauen kann. Aber kurzfristig wird das kaum möglich sein. Mittellangfristig müssen wir uns strategisch auch da fragen, ist das sinnvoll, uns dann auch von dem Iran abhängig zu machen? Denn dort haben wir ja auch ein hochautoritäres Regime an der Macht, das weder die Israel akzeptiert, noch wirklich die westlichen Demokratien in Europa. Herr Umbach, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich weiter.